okay so weit läuft wir haben so halbwegs lieben was steht daneben hier dafür abgang die läuft so wie specke ja specke ist soweit boom digga frisst deinen schwanz oder was auch immer das war irgendwas ekelhaft ist jedenfalls den weg aber läuft eigentlich noch einer macht ihn nicht so wichtig dicker so das kommt genau richtig jetzt gibt man ja wie gesagt die muni hier aus hau mal ab tschüss so wer möchte und du das geben wir nicht auf der anderen seite warte mal leute das machen wir anders ich habe eine idee so wie ist er ich mach mal so brauche ich habe bfg verschwinden oh ja gib mir den muni baby gib mir den muni ich bin ja so muni geil so wer will noch mal wer hat noch nicht und wo ist brauche ich habe bfg für diesen pisslappen ein bisschen viel feuer hier aber läuft so wo müssen wir hin so darüber und jetzt muss man da hin darauf oder was entweder finde ich das nicht oder das ist wie das freigeschaltet wenn man es besiegt hat so euch prügel ich die scheiße raus hier geht man das zweite die ball es gibt sicher nur ein drittes oder er ist da drüben das ist die frage wie kann man da hin wie kann man da hin da durch oder was ups ja ja ist wirklich dadurch habe ich eigentlich scherzhaft gesagt aber ich muss da wirklich lang so ihr kleinen piesler wo seid ihr denn fein die fein die fein fein alles klar wo sind wir karte das sieht gut aus so speichelpunkt das heißt jetzt gibt es wieder in die fresse da wette ich oh gott da ist schon so ein specki da ist ein dicker aber ich habe da vierfach damage oder glaube ich sowas ähnliches ist das ah da will schon einer mitspielen so dicker jetzt ist ruhe dann kann ich mir mal die map anschauen weil wir müssen ein bisserl ein bisserl navigation brauche ich hier schauen ich brauche die super schrotzen so wir müssen da rauf jetzt kommen die wieder alle was oh no der pinkie oh den habe ich aber nur den habe ich aber nur so der pink ist hinter mir das weiß ich weg mich pinkie wo so mehr scheiße sind so schnell die kleinen biester so kommt irgendwer kannst mich mal junge so wer möchte kommt mal runter da und nicht immer oben sitzen und runter schießen feigen memmen mimosen ich reiß ihn auch schon auf oh du du ne dich hasse ich du bist ja schon schlimm genug oh bumm jetzt hängt der da schon rum nur rumhängen sowas assiges diese gegner ich hasse diese pinkies hier ratten 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 und wir sind auch gleich da da bauen sie mal nicht aber ich muss mal kurz einen rückzug antreten da ist irgendwer irgendwas ist hier bei mir hör diese magen bleib stehen alter auch ne so immer schön in bewegung bleiben da hat der harte schon recht gehabt ja geh mir doch nicht am senfgurkerl grauseliger pinkie du okay 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 jetzt reicht's jetzt reicht's na net es wird die net verhaut du mein bfg hier net so so können wir's machen ja das geht gerade noch und dann haben wir auch Leben haben wir wieder bissl diese kleinen sind die sind zu lästig mal bissl Leben hier abkassieren du das sind ja nur mal die kleinen dann kann man was anderes nehmen grenzt der sonst an waffenverschwendung ins gesicht falls man sowas überhaupt visage nennen kann hä so weiß nicht wie der ist so ruhe ist hier wo ist der andere alter so lästig diese kleinen die kleinen sind echt die schlimmsten und die machen auch damage das glaubt man gar nicht aber die kleinen biester da die machen genug damage ich will da nicht rein in das ding hier wo sind denn die scheiße hey da oben ist er schon lästig der kleine da oh gott so jetzt so aber läuft's ich dachte mir den können wir mal so machen das läuft brauchen wir eine andere Wumsen ja mit dem können wir jetzt gut das geht ooooh ooooh ach du haste Arsch alter ich wollte ihn jetzt weg machen aber es war schon abgelaufen und dann wehrt er sich natürlich das ist klar so meine Antwort auf das ist in den Arsch mit der BFG. So, die kleinen Pisten, die werden wir jetzt bearbeiten. Von vorn bis hinten. Die kriegen jetzt so richtig eine Portion ab. Jetzt ist der Papa Sommer. Können wir den anlocken? Ich müsste ja nur da nach oben gehen, ne? Aber da muss man da hinkommen. Das ist das Problem. Ey! Alter. Übertreib's nicht da unten, du. Ich weiß schon, wie ich da hinkomme, aber auch. Warte mal, ich weiß schon, wie wir da hinkommen. Hier irgendwie. Können wir den loswerden zuerst. So. Geh weg. Ups. Da wollte ich rauf. Vielleicht kommen wir erst rüber, wenn die Platz sind oder so. Kleine Mistmade, du ey. Das sind die schlimmsten Gegner wirklich. Die sind einfach in der Masse so richtig lästig und überall. Und vor allem sind sie im Weg gerne. Das ist echt lästig. Alles, was wir brauchen, haben wir hier. Oh, Pinkies. Hau mal ab hier. Hau mal ab hier. Ui. Ich bin mal nicht am Sack, Pinkie. Ja, wo seid ihr denn hier? Ich komme da nicht rüber, Alter. Ich kann nicht machen, was ihr will. Scheiße. Egal. Ich muss da nicht unbedingt drüber. Da ist irgendwas. Komm her. Oh, fuck. Ich guck mal. Wo kommst du hier? Oh, du Scheiße. Wo kommt der her? Oh, das war jetzt nicht. Das war nicht nice. Das war gar nicht nice. Wir werden das jetzt anders lösen hier. Komm her, Arschgeil. Wo ist er? Jetzt ist er wieder nicht da. Auf ihr Leben. Das Problem haben wir jetzt weiter. Auch das Munitionsproblem. Oh. Wollen wir wieder neu anfangen? So eine Motorsiege hat schon was. So. Oh, hallo. Und tschüss. Auf dich stehe ich nicht so. Du bist hässlich. So, komm doch mal irgendwo her. Oh, ich bleib da pink. Diese Pinke sind so lustig. Oh. Leck mich am Arsch. Nein. Ich hab zu wenig Feen, oder? Ich glaub's nicht, ey. Jetzt hab ich zu wenig für dieses Arschloch gehabt. Oh, nee. Oh, Gott. Grease only. Moinsen. Hab ich zu wenig Mumse gehabt, ey. Ich glaub's jetzt echt nicht, ey. Oh. Wie kommt man da rauf, Mann? Ich muss nur die ganze Zeit mit dem Scheißjagern, wenn wir hier drauf kommen. Sonst könnt ihr einfach rauf gehen, ey. Komm her da. Hey, die rennen auch immer weg, ey. Ja, du. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Zu lästig, Mann. So, jetzt ist Schluss hier. Jetzt bin ich sauer. Besser, kleiner. Euch will ich überhaupt nicht reden, ihr lästigen Hunde. So, dass es in den Pinke ist wieder. Naja, jetzt kann ich ihn nur nicht brauchen. Das muss man später nehmen. Die, die, die ist gut. Genau. Warum mach ich das denn nicht gleich? So, kommt der. Scheiße. Irgendeiner mal rauf hier. Was hab ich denn jetzt wieder? Oh, das verkehrte Ding. Deswegen. Engel, Mann. So, 200 Leben. Das geht. Oh, hallo. Ein Pinke ist zum Schlachten. Diese Gegner sind so richtige Hassgegner von mir. Die, die Pinkie ist. Oh Gott. Oh, nicht noch einer. Ah. Kannst du woanders hinlaufen, Junge. Genauso wie der Kollege hier. Oh, fuck. Bleib stehen. So, lustig. Dann haben wir. Dann haben wir. Dann haben wir. Dann haben wir auch. Dann haben wir auch. Aber langsam läuft es ja. Halbwegs. So, jetzt holen wir uns noch ein bisschen Libi-Libi. Das kann ich gerade nicht brauchen. Das kann ich brauchen. Ja, das ist gut. Na, wir rauf da. So, jetzt werden wir mitspielen. Wer ist lästig? Du. Das war jetzt. Alter, will ich mich verarschen? Jetzt ist kein Feind da. Was für ein Arsch. Lebt der immer? Was für eine Verschwendung. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ein Pinke weniger. Oh, nicht die BFG. Oder was war denn das? Das können wir nicht mal, wie das geht. So. Die Kleinen ziehen die ja immer ein bisschen ab. Und das ist halt das Lästige. Das ist das Leben, was ich eigentlich brauche. Oh, es ist angenehm ruhig hier. Das hat doch Steil. No, und Scheiße ist ruhig hier. So ein paar Pissbacken hier. So, wer möchte nochmal? Wer hat noch nicht? Geh doch drauf. Oh, fuck. Fuck! Aber weißt du was? Das ist mal eigentlich zu blöd jetzt. Die holen wir uns zu. Gleich zweimal in die Fresse. Schnell lebenshause. Oh, nein! Das machen wir nicht mit. Den hasse ich. Den hasse ich so viel. Komm her. Komm her, Digga. So, den neuersten hätten wir auch. Jetzt nur den da, das kriegen wir auch noch hin. So, ich kann ja hier jetzt sammeln mit dem Weltmeister. Alter, wollt ihr mich verarschen? Noch mehr gibt's nicht. Die brauchen wir auch. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Der war. Schatz zu können. Musik Her essay geht ab. Schatz zu können. ötig partners. Tor Five. Wir machen. jewels entfernt sich. Bis zum nächsten Mal. Wir ver Forward. vacsamen. deduct cod� Shaun cayérie'n. Aber jetzt nur hör это dich ? 질олько pedir tejfone amazon. Quiitness nicht malgré. ców come zweit� zł earnigkeit. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018